Die Plätze, fertig, los! Wo ist die Anfeierungsrufe? Sind heute alle nur von der Opposition da oder was? Oder können wir sie wieder anfeiern? Perfekt, perfekt, perfekt! Nehmen Sie jede Hürde da! Und jetzt schauen wir! Hier holt der Maffe, holt der Miss Fassl! Geht schon, Schepard? Jawoll! 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 Versuchen! Wir haben eine neue Bestzeit! Fertig, los! Und auf geht's! Die Anfeierungsrufe, schauen wir, wo fangen sie an! Von rechts gibt's zehn Strafsekunden, jetzt sind sie gleich da! Und versuchen sehr zärtlich hinzuwerfen! Oh! Oh! Jo! 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 Alles da! Jetzt der Schnappschuss! Auf die Plätze! Fertig, los! Auf die Plätze! Fertig, los! Alle sind unterwegs! Wie gesagt, nichts berühren! Zahlt sie nicht aus! Links, rechts, vorn! Lassen fahren, wie auf der rechten Seite von Leipzig! Nicht nachher passen! So hat ein Hansjörano verloren, macht nix! Pass auf! Jo! Jetzt ist es aus! Und schon wieder weiter! Und schon! Das ist halt die Größe aus Leipzig, das macht sich schon gezahlt! Und hier! Ich will langsam Zeit lassen! Oh, ich geh zu kurz! Der passt fast! 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 Arme geht's noch! Jawoll! Arme! 25 Strafsekunden kommen dazu! Fertig! Los! Umlenk und auf geht's! Umlenk und auf geht's! Erste Koordinationsspieler, da siehst du mal kein Lenkrad drauf, ist das manchmal gar nicht so leicht! Weiter! Wer saugt an? Puzzle aufstellen! Puzzle aufstellen! Zwei Stellen auf! Der Dritte saugt jetzt an! Stehen aufs Puzzle! Ja! Mit Schwung macht er das! Es hat gescheppert! Und schon wieder aufpassen! Auf der verkehrten Seite! Jawoll! Viel zu Schwung voll! Weiter! Da haben sie mit der Zeit wieder was reingebracht! 1,49,30! Fertig! Los! Und auf geht's! Da sieht man, die zwei sind schon lang verheiratet! Da funktioniert das einwandfrei! Ja! 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 So! Du hast es erwischt! Du kannst springen auch! Kurz aufstellen, springe auf! Das wird eine Spitzenzeit, die Welle läuft! Die Winzerdaben des Jahrhunderts hier aus Bad Veslau mit einem unheimlichen Speed. Das ist so wie beim Eipack. Mach das dann mal mit einem Traktor, das ist ungefähr so viel so groß. Geht sie aus, geht sie aus, Sie kommen, Sie kommen! Das Knie auf! Genau, genau, genau! Bis zum gelben Fassl und jetzt werden die Gungelstiefeln geworfen mit viel Gefühl. Ja, aber ist drauf! Auf die Plätze, fertig, los! Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt, das ist halt so weit. So, ihr könnt mal den Burkhard Hals, ein guter Delegierer und auch ein Schaffer, so ist das. Ja, sag ich ja, da durch das. Du schont dich ein bisschen, gell? Aber was da zwischendurch ist, muss ich auf die Kuh gehen. Was macht das der Punkt? Das, was du da hinten gesagt hast, muss ein Ossl sein. Ach so? Ich geh da weg! Ich kann nicht auf, ich kann nicht schlafen. So, Mitten, Stecken, Schöpter, das haben sie auch gepackt. Aber jetzt, aber jetzt, zum gelben Fassl. Schauen wir mal. Alles klar, der nimmt die Grünen. Eieieiei! Zwei Freiwürfe habt ihr noch. Okay, dann schenkt man ihn. Bremsen, jetzt schon nicht. Das dauert noch ein bisschen. So, durchs Ziel. 0677 plus die 40 Sekunden. Auf die Plätze, fertig, los! Hoi, hoi, schau. Die Hand hat euch gerade da nicht geschmissen. Aber super sind sie unterwegs. 1, 2, 3, 2, 1, aber jetzt. Ja, hat es geschehen, hat es geschehen, und schon weiter, und schon weiter, und schon weiter, und schon weiter. Boah, das wird eine wunderbare Zeit. Und schmeißt es einfach. Geht schon, geht schon, geht schon. Jawoll! Ha! 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 Wir haben erst 15 Sekunden. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Ha! 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 Das ist die Jugend von Bad fürs Lausch. Fertig, los! Und auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Papa sagt mir nicht, wie ihr das macht. Ich weiß sie! Ich weiß sie! Ich weiß sie! Schon fast hat gerollt. Sie haben jetzt gleich... Und so machen wir dann die engste Linie zwischen den Hütchen. Und jetzt werden wir schauen. Ja, 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 ja. Ja, Scheibglas, das ist sie ausgegangen. Wir haben 30. Oh, dankeschön. Und jetzt durchs Ziel. Ich schätze, das ist eine wunderbare Zeit. Erwin Jelinek, mein ganz lieber Verwandter, komm her. Und der Herr Raimund Kritzig. Und die zwei werden jetzt das machen. Und unser Herr Bürgermeister wird die Sache mitlaufen und kommentieren. Bitte, Herr Bürgermeister. Wir schauen, bitte mal kurz. Ja. Nein, 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 Raimund. Nein, nein, Raimund. Das geht's ohnehin. Ihr zwei seid miteinander 2,80 Meter und trotzdem brauchst du den Stecken. Komm her. Und weiter, weiter, weiter. Gehen, kannst du mitnehmen. Erwin. Oh. 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 Erster Preis ist neu. Einmal das falsche Fassl. Es macht nichts, nimm's andere. Vorsicht, nicht die Zuschauer gefährden, gemeinsam durchs Ziel mit... Durchs Ziel. Ich muss durch, ich muss durch. Jetzt durchs Ziel da. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Nachmittag. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Nachmittag.